Ja, Kinder, das ist immer noch die beste Methode, euch ein bisschen zu beschäftigen. Willst du doch nicht mehr? Ich habe gerade mal geguckt. Ich denke, ich werde das hier aufbiegen, weil das nützt dir ja nichts. Ich komme ja an den Ingwer, der klebt ja dann an der Rückseite und da komme ich ja nicht dran. Den will ich ja nicht in der Bürste haben, den Ingwer, den will ich ja in Tee haben. Aber hier kann man aufmachen. Da werde ich das aufbiegen, irgendwie. Mit Kalli, weil die ist so schön scharf. Da bleiben bald meine Finger schon dran hängen, voll genial. Meine ist echt schon abgenudelt. Abgenudelt, ne, Kalli, Mann? Kannst du mal gucken? Ich habe keinen Platz mehr auf dem Tisch, ne? Guck mal, lecker, lecker Schokolade. Guck mal, Kalli, Mann. Ja. Ne, schon so gut wie tot. Hände weg von Evely und Killer nach Mars. Ja, da haben wir schön was zu lesen, ne? Ja. Kriegen wir Weihnachten gut rum, ne? Wenn nichts im Fernsehen kommt, ne? Guck mal hier. Willst du nicht mehr? Ne, es reicht doch für dich, kleiner Hund, ne? Ja. Ah, warte, da tue ich die Reibe gleich rein. Ah, ich bin ja so blind ohne Brille. Wo ist denn die? Ich sehe die gerade gar nicht verflixt. Ach, die wird sich gleich schon wieder finden, ne? Ohne Brille sehen wir ja gar nichts, ne? Ach, hier, guck. Hier haben wir die doch, ne? Ja, da tun wir die wieder rein, ne? Ja, da tun wir ja gar nicht verflixt. Ja. Nie.